Und herzlich willkommen. Ich spiele hier halt mal wieder eine Runde Click It. Denn ich glaube, ich weiß ja jetzt wie es geht. Und ja, dann werde ich mal schauen, wie schnell ich sterben werde. Wie schnell ich gewinnen werde? Ne, ich glaube ich werde erst sterben. Oh, das ist weiter. Click Click Click. Mal ein bisschen klicken und dann... Da ist ein grüner, ein grüner. Ach, achso. Das wäre ein blauer Stein. So, so, so. Aber nur einer. Oh, da sind noch welche. Aber das alle hier. Achtzig Sekunden. Ah, es ist so. So war das. Ach, Glieden gibt es da auch. Cool, die kommen wir mal einfach durch hier. Ketten, Ketten, okay, gut. Oh, das ist so. Okay. Okay. Entschuldigung. hurra ich habe das clicket verstanden gar nicht immer so schwer wenn man weiß wie es geht gut ok trotzdem verloren ja ich weiß jetzt wie es geht ich hoffe euch hat und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei bis dahin viel spaß und auf wiedersehen